wir sind noch auf der suche noch über und da haben wir letztens und da wollen wir mal die leute alle befreien plan aufklären das ist schön zu hören was kann ich machen er kommt überwachen die vorbereitung für die ausrüstung und den proviant die ihr brauchen werdet du sollst sie fragen wie du ihnen dabei helfen und was die expedition in der höhle betrifft nörder und räder bennie und sam begleiten genau da geht es in die höhle ist noch am weg ja geheimer weg jawohl nörder haben deine hilfe beim beschaffen von proben oder sowas gebeten am besten erfährt er es dir selbst alle anderen leben bei was sonst noch so benötigt danke kann ich schließe mich ihnen gleich an um zu helfen so toll die rettungsaktion kann beginnen ich weiß schon bieb hat was für mich so das ist schon sein Nimm nur. Luh mir nehmen, Umid. Vielen Dank hier. Nun. Nimm uns doch, Umid. ich habe auch einen großen Hunger, warte mal hier mal schnell was gucken, passt schon gut. Können wir irgendwas machen hier? So, mal schön gemühen. Mörlis sind auch mal gut. So. Jawohl. Schön angepflanzt. Oh, hier müssen wir gießen. Oh, Waribeer. Hm. Oh. So, Wander bereit. So, ich habe jetzt schon mal ein Board aufgenommen. Also, ich bin normal, ne? Ohne. Leid. Deswegen folgt dann der Board hier später hinterher. So, wieder oben zum Blau rum. Da haben wir noch viele Leute hier. Ne, das würde ich gar nicht haben. Warte mal, ist das oben hier? Ne, ist das oben? Ja. 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 Lass ihn. Toll. Ich habe alle Fälle. Wo ist das oben? Ne, wohin es denn hin? Hallo? Hallo? Bitte? Nein, einfach mal da. Achso, die müssen wir noch herstellen, die Leckerlees. Stimmt. Die müssen wir noch herstellen. Ganz wahr darin. Geht nur mit Agilio. Oh. Oh. Na, wir wollen ja in die Höhle gehen. Überfinden. Hmhm. acontecer schön... Alle versuchen sich zu helfen, jedenfalls... ...mit die Hühle zu gehen. können wir hier wieder in kreide geben ja hauserweiterung und wir nehmen Anbautung. Ja, guck mal, die freuen sich doch hier alle. In die Lagerkammer. Endlich, die Zeit trifft. Genau, die hab ich ja gefunden. Die Lager kann mal sein, ne? Gucken. Mir gefällt, wie leidenschaftlich aussieht, wenn du darüber sprichst. Okay, das klingt wirklich cool. Wo mir jetzt alles in die Bezüge gibt. Schau malen. Ich mach morgen, ne? Möchten auch das Brüllen hören. Sehr gut. So, warte mal. Sim braucht Schrauben. Achso. Das Loggerhaus soll man auch noch gucken. Warte mal, was gucken hier? Hm, 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 hm. Ne, das will ich haben hier. Ja, komm mal. Hm? Schön, bisschen. Meine Form. ach ich soll was erweitern ich glaube ich soll was erweitern wir brauchen noch holzscheit ich will trotzdem auf den markt gehen ich will mal gucken wer noch los ist auf den markt ich gebe mir noch schnell ein geschenk freu dich sich zwei herzen die nennen wir als freundin hat er noch hier irgendwas ein bisschen warte mal ein bautogen was ist das jetzt hier ein bierstall großstall ich bin ich bin ich bin Hätte ich eben nicht noch ein paar Übungen gehabt. Ja, komisch. Ach so, warum... Ja, aber jetzt auch fliegen. Hier. Das hier war. Was haben wir da jetzt auch noch als sonst? Ich dachte hier irgendwie so weiter oder so. Na dann sollte er immer bleiben, oder wo ist denn der? Ach hier ist er ja. Da wollen wir mal was vorbereiten, wa? Entspottet ja, weil der Hölleingang immer verschüttet. Spannend wo der Hölleingang ist ey. Ein paar Proben. Nina besucht das Gebiet. Nina. Ah hier. Weg ist er. Schade. Weg ist sie. Ach so, ich muss das ja weiter und muss ausbauen. Jetzt macht es Sinn. Ein Schaf. Weg ist ein Schaf. Der Krugel. Ist der hier? Achso. Wann wollen wir nicht? Wann halt eher noch irgendwas? um sie zu angeln so herrlich spannend sein sie im wald so ich muss auch noch ein bisschen was sammeln holz die dauern lang mit der expedition dass das lamm wolle hergeben muss ich hab das blöd nicht so laut dann dort sonnisch so dass wo das stahl ausarbeitern der engen die 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 Oh, ich brauche zwei Klohren, das ist super. so wo man dann auch noch mit ist auch hier 5.000, 2.000, äh Quatsch, 1.000, 1.500, was ist das hier? Ich habe diese Hacke, aber entspannend, ich fühle mich, aber die sind nicht, und dabei brauche ich weniger an der Biede. Mit dem handlichen Werkzeug kann ich meine Arbeit hacken. So, was denn noch? Brauchen wir aber irgendwelche Steine hier. Ja, wie nett. Hm. Brauchen wir echt Kohle noch hier, ey. Die Tasche wieder hier. Ach, da will ich die Klare. Mensch, was die alle wollen, hä? Das ist so schön. Komm. Du musst, hm? die schrauben dann hatte ich ja noch ja 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 Wie erweitert man das hier? Ach hier. Oh, da haben wir Holzscheit. Zwei. Prost. Ja, Stahlausbau. Zum nächsten Mal hier so ein Ding nehmen. Hm. Holzscheit. Oh. Okay. Können wir erst mal schlafen, oder? Warte mal. Können wir irgendwann noch draufhauen? Haben wir irgendwo Holzscheit? Oh. 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 Ach, warte mal. Können wir Dünger herstellen. Oh. Hm. da kann man rauben aber hallo schön die kanne hier wird man arm alles klar oder was angefangen wie auch immer noch noch Ich muss noch ein bisschen herstellen, ja. Irgendwie muss ich ja mal in Kohle machen hier ein, Mensch. Oh, ich muss noch ein bisschen mehr machen. Also, ich muss noch ein bisschen mehr machen. Ich muss noch ein bisschen mehr machen. Ah, warte schon. Ich doch gehört. Ich hoffe, die Schwerde. Oh, wirklich. So, wir sind gespannt, weil es heute regnet. Ob da auch mal was dran ist. Rennen die Federn. Morgen, neuer Tag beginnt. Jawohl, wecken wir das Schweinchen. Und aufstehen. Raus, als du wieder. Was ist denn? Wir sehen noch. Was haben wir hier? Oh, sechs Federn will er haben. Das wird bestimmt nichts hören. Sechs Federn. So, warte mal verkaufen. Ach, das braucht es jetzt Federn. 27 Federn. Oh, da machen wir gut Geld. Ja, eigentlich hat er da Mayonnaise und so. Und? Was ist denn da? Da ist er aber letztlich viel. Oh, das ist auch gut. Kartoffelbree. Da ist auch nicht mehr dabei, ne? Und Eier war klar, oder? Ich will den Fliegen. Neunmal eben. Das ist halt nicht aufwendig, ne? Diese große Sache, ne? Das ist echt zu lang, ne? Aber Wasser brauchen wir, aber Wasser. Das ist halt nicht mehr. Aber Wasser brauchen wir. Das ist ja so. 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 Ich muss da eine große Runde, bevor ich mich selbst verspiele. Na, die hat doch eben noch... Ich kann noch dröbeln. Ich kann noch die Sechsen-König-Stoff. Vollesen wir. Oh, das wissen wir auch. Haben auch so ein Ding hier. Weiß doch nicht einmal aus, wenn du was willst. Schweinchen, Schweinchen. Oh, wir müssen noch unterwarten. Da müssen wir noch unterwarten. Ja, das ist ein Ding. Ich bin hier drin. Das ist das Ding. Es gibt keine Prüfen. Ist das? Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. wie ist es hier würde ich mal gucken ach will scheiters gut Ich mag nämlich Kreide. Die mag nämlich Kreide. Na, keine Ahnung, was er macht damit, ne? Ich würde Ruhlscheid suchen mit dem Spül. Die will Schrauben, ne? Irgendjemand, wo ich die da hin. Hä? Na, geht an it. I liked. So. Außerende jetzt wieder. Das muss mir nix gut. Warte mal, wie bist du, glaub ich? Räder und Hamm. Die Kleine hier. Ja. Hey. Ach ne, lebe ich nicht aus dem Alkohol. Ander halt. Cool. Schön. Hey. Ups, wildblumen. Wildblumen. Und ein Erzchen haben wir auch gerade. Ist das doch schön, ne? Wischen. Ich weiß gar nicht. Oh Mann. Ich habe es dir sch TO spielen auch. Oh. 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 Oh, das ist Wchenstock. Oh. 15 oder so. Wow, das holt Zeit. Was ist das? Das war's. So, dann schliß ich schon. Das war's für heute. Und ich will angeln oder wie war denn das? Ja, ich will geprüft den Angelschein extra. Was denn? Hey, ne Poppen. Jetzt misch weg. Ach, dann geht es wahrscheinlich hier durch, was? Oder ist ähnlich. Die Hühle dann. Hey, level 30, super. Super. Ach, guck, wollte ich auch hin. Was ist da mal auch ledig? Hm. Ja, was man nicht alles findet hier im Wald. Liebchen. Ist dicht. Was ist das nicht? Wir brauchen leider wenig Holz, ne? 7...8... zurück ja 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 wohnen in den do ja ja Schau, ich kann mal nichts machen, ja. Oh mein Gott. Boah. Naja, dann war man ein. In der Hütte. Qtos? A ja? Is that a fairy angel? I don't mind... Fogel... Do you know what the idea of an eagle is? Oh, wow. Do you know what the理由 is? An eagle's eagle. Right. I don't mind what do you think. I'm not moving. I don't know what kind of eagle is. Is this way I want to know what kind of eagle is. Hoop. Andy. was müssen wir aufheben ich habe hier eine direkt eine die 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 Ich leid um fest. Ja, was ist denn jetzt? Ja, was ist denn? 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 Ja, was ist denn?